In dieser Lektion machen wir mit Partnern den klassischen 6-Count, also wo wir nur zum Kopf schlagen wo wir 3 auf dieser Seite machen, 3 Schläge, und dann dieselben auf der anderen und das kombinieren wir wieder mit Schritt und dieses Mal mit dem V-Step das heißt, wir gehen immer im V hier so nach außen und zwar so, dass wir beim nach vorgehen den ersten Schlag vom 6-Count machen dann die vier Schläge, wo wir einfach so stehen bleiben und beim letzten Schlag gehen wir zurück und dann wieder mit dem ersten Schlag nach vor aber dieses Mal nicht nach rechts, sondern nach links 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 und gerade beim Partner-Training ist dann eben auch darauf zu achten dass wenn ich hier raus steige, dann nicht in diese Richtung schlage sondern hier rüber schlage, weil er macht ja dasselbe wie ich das heißt, er steht hier dann muss ich mich hier rüber orientieren 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann auf diese Richtung orientieren 1, 2, 3, 4, 5, 6 also wir stehen uns am Anfang so gegenüber und jetzt steigen wir beide rechts raus 1, 2, 3, 4, 5 mit dem 6er Schlag steigen wir zurück mit dem ersten jetzt links raus wieder rechts wieder rechts wieder links und wir sind eben aufeinander ausgerichtet 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 10 6, 10, 10, 10 40, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 16, 13, 14, and 25, 13, 14, 19, 20, 19, 17, 24,cciónner